Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Minecrafts mit Anfahrt ja die wissen schon werden was man sich immer so zu machen ja ich war heute Katschungen Bauer und und heute sind wir wieder mal also immer noch in der Hörner wo man mal den Spawner gesehen haben egal du hast ja den Punkt gemacht ne wo die Portal ist ne ja also kann es auch tun ich bin ist ein eigener Weg er meinten das war ihr durchbauen jetzt in der Nähe von einem Tor Prozent Todpunkt also durchgestorben und ihr wisst ja noch mal ein Fail wo ich gelegt habe und dann in die Lava gegangen bin Prozent das ist eine Diamantrüstung ich habe meine Eisenrüstung zum Glück noch ich hab drei Pfeile das ist ja gerade gehört ja so ein komisches Kuh ne mhm also Loe kann halt nicht gewesen sein mhm hört sich ja anders an es kommt so äh Spider da hier um hier ist die Letz Spinner also Spinnstilett äh nein guck mal noch ein Portal und komm mal da oben ein Weg ey guck mal da ein Blaze ja wow das meine ich ja schluss ist einfach auf den drauf ausfahren ey ich mach jetzt die Übungen ey yo ein Spawner FUCH WAH FUCH FUCHING FUCH toll ich bin tot ich bin fast tot ich hab keine feilig hab nix FUCH guck mal da ja 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 denn Frister okay wir sind in der Überraschung verloren möchte ich hab nur keine feilen mehr der Fall ist alle dahinten Alas Kapital besagt sind in den ersten ja ich sagte ja gut da ich hab zufällig gefunden mir er ist nicht ein Wörst Geist? Ja, Geist. Ja, Geist. Schnauze. Komm, ich bin genau unterm Portal. Unterm den. Noch wenn du brennst. Was du gerade? Ah! Hinter dir. Aber fucking... Komm, naja, eine feige Sau. Ja,哪 allez. Nein. Ey. Ey, da ist Leitz der und das müssen wir abbauen kommen wir gebrauchen . Wo? Das Leitz der und meine, aux Which weicht. Für ein Kindmäcker und unsere Beamten Quelle im Jahr mehr zu sagen. mit Sonnenblatt kommen wird immer gebrauchen ich weiß nicht wofür die sind die die Dinge hier wird so diese nein ich darf zu nennen die Lohre Sporner und da muss man auch in die Kisten oder so sein das Waffenlohn ich habe es was ganz ein Stück davon also kann man so von auch ein Schleimdinger müssen du ich hab jetzt ein magma krim was im Kurs auf mich ich muss im Kurs machen machen Nein, natürlich wollte es doch nicht Wieso auch? Wieso? Weil ich gerade gesagt habe, Wart mal nicht! Ich bin in den Karrier! Oh, noch ein Loh, geil! Freut mich! Okay, Fragebeantworte Siehst du denn eine Loh? Ey, siehst du alles auf der Minimap? Weil ich sehe gar nichts! Ich sehe wieder Lava auf der Map, sonst irgendwas! Was siehst du denn? Nichts! Alles grau! Ja, sehe ich auch! Nur, wie siehst du da Lava? Da verstehe ich noch gar nicht! Hier gibt es doch, ja Hier ist erstmal, hier im Ne, ach in der Hölle Kann man nix sehen! So grau! Ja Nur, zum Beispiel, wenn wir jetzt in unserem Heim sind Sieh ich immer Und ich meine jetzt wirklich immer Kein Hier, äh, keine Du weißt schon was? Musst du glaube ich einstellen! Bei, äh, muss auf Menü Ich brauche ich mal wie ich es da einstellen kann Hast du Eisen dabei? Zufällig nicht! Wieso? Äh Ich habe Bock Ja, komm Dann gehen alle in der Umgebung auf uns drauf In der Umgebung sind ja keiner Das war lieber Sie bin für mich zu schwach Also Bock auf den Geist Da war ich Wusenka Ihr verkauft uns Ah, da Wo? Da unten Weil es eigentliche, äh Ihr sollst jetzt sagen, da war eigentlich nur aber Prozent die Wurzschung mal aber das ist ein Buch die wir haben die Gäste nicht gewusst hat dann das ist die Sünder gesprungen so leid verloren aber ein Zeichen er dem und Zeit auch da so der Fall ist abgeholt er weiß eigentlich was herausgefunden hat 3 er denn was schon muss schaden ab dann das liegt in die schaden man kriegt dass die Welt und tot jetzt sind die Kölz mit Bogen und ich hab kann Borda bekommen also Prozent das steht auch auf der Info das Prozent der Geist also du kriegst nur Schaden in Prozent also erkennt von um Meter ab also wie weit entfernt ist von dem wie viel Schaden ist also zu sagen dass sie weiter du weckst nutzt so mehr schaden kannst du und so jetzt muss ich mal etwas aber das kann man leichter abwähren macht einen nimmst ein Schwert schlägst darauf auf diese Kugeln weil du triffst den fast nie da jetzt soll oder du wirst nur ab und zum Bogen dabei oder so oder Konzert Kanzler nicht mit dem Bogen auch abwähren er kann man es jetzt schon wollen und nicht sagen aber auch in der Springer und müssen vielleicht die Seele runtergesprungen aber Spaß gemacht hat man es in den Verloren schon wieder hier sind schon geworden hier wäre jetzt nicht schubsen schubsen hier wäre jetzt Jump One angesagt ich bin froh wenn wir home sind home sweet home schreit dann äh ich glaube ich schreib das dann äh auf der Überschrift von diesem Parten home sweet home ne wäre besser und jetzt ab in die Lava ne Schatz ey ich jetzt mein gar keinen Bock drauf in die Lava zu fallen weil wir sind toll wir müssen nach oben ne ne ein ein vierzig ähm Meter noch da müssen wir alles nach oben gehen bei mir ist 34 Meter ja bei mir ist es auch zum Kasten und Diamant Spitzak ich hab nicht gar nix an Spitzaken jetzt mehr ne ach ne ich hab die ja weggepackt ich hab die ja weggecraftet sozusagen ne 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 oder Prozent Zombies in die dann kann man mit Zombie Falle machen die Hände durch Verlangen zu werden sind wir werden auch verlangt und deswegen ja wir könnten mit Zombie Falle machen Jo ne lass uns schon machen wäre besser hm ne 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 nach nach eins los hat wir sind mit Romalabama her wir sind hier ausgestiegen wo war noch mal gesagt ach so Pass aufs Dunkelne auch schon also was ich jetzt kenne einfach nur durchführen und wenn man in der mann hinter mir her liegt feld holmes wie zu holen holmes wie zu holen sag ich nur dazu um uns zu tun wir oben waren nicht abhanden gekriegt wie geil und ich mache einen kurzen tat bis gleich schaub und da sind wir wieder bei mein kraft ja alle freuen sich nicht okay das letzte mal war in der das hat er ja auch gesagt Homesuitoren ja mal kurz Pflasterstamm weil ich will nicht jetzt mal was machen durch die Lohnroute haben wir jetzt ey soll ich Brautstand machen soll ich Brautstand machen ja und die Brautstand habe ich jetzt gemacht stelle ich hier in der Ecke in der müssen irgendwie wieder zu der Farm hin ey wie macht man eigentlich noch mal geht ach äh wie macht man eigentlich diesen Kessel du magst ich bin ein als man in der Natur aus ja noch gibt es noch da ich glaube ich bin ein Land gehabt also sie können und Pflasterstein und können mich aus dem Und ich mach die Gläser. Wir haben hier zum Glück haben... Warte mal, was haben wir denn? Also wir brauchen... Ah ja. Drei Gläser. Machen wir sechs draus. Zack. Lol, das sieht so geil aus, ne? Der Brotstand ist jetzt so richtig... Komm, nein, wie so da. Wenn nein, kann ich das abkommen? Warte mal, wo äh... Sönder. Oh, das ist ein Kessel gemacht. Oh, die... Oh, die... Oh, die... Das Beständen, die... Ja, jetzt tue ich mal Futter rein. Ich will überhaupt den Brotstand gehen. Ja. Okay, das ist ja unten das Glas. Und... Jetzt zum Beispiel... Ja, jetzt kannst du... Zum Beispiel Spinnaugen oder so rein... Ja, ich muss nur das mal ein... Schnelles mal drei Leuchtsteine. Da muss kann man ein Heeltrank machen. Ja, okay. Ja, ich hab... Diese Handy-App... Ist so richtig... Schnelles mal. Ähm... Was würde ich denn noch machen? Okay, lass mal schlafen gehen. Warte mal, warte mal, warte mal. Äh, Penn. Komm, du Schöner. Okay, ein hässlicher Anno-Sand. Und jetzt mal, weißt du, was ich jetzt mache? Ich hole jetzt mir mal die Rohstoffe. Aber erstmal packe ich meine Diamant-Büssel wieder rein. Die brauche ich. Scheiße, warum mache ich meinen Eisenschwert verbessern, anstatt meinen Diamantschwert zu verbessern? Ach, egal. Ich bin halt doof. Jeder weiß, ich bin doof. Gut, nur Geld. Wurstung. Also gut. Mal gucken, was der Braustand sagt. Aua. Muss da nicht immer Wasser rein in den Kessel? Nicht immer. Ach, fuck. Warum ist er nur... Hä? What? Egal. Äh, müsste eigentlich immer was ein Trank sein, aber meistens auch dickflüssiger. Was denn? Zum Beispiel, wenn jetzt die Spinnaugen rein tust und dann steht da dickflüssiger und sagt, es ist halt was? Äh, dickflüssiges. Dickflüssiger Trank ist halt normal. Meistens. Keine Ahnung, ich arbeite nie mit diesem Probo-Dingschern. Keine Ahnung, ich mache mir jetzt auf jeden Fall eine Whetstone-Lampe. Ich kenne nicht diese Tränke auswendig. Warum weiß ich nicht. Wieso geht das nicht? Whetstone-Lampe. Da spiel ich mal. Ah. Soll ich auch für so was nicht funktionieren? Wieso? Aber mit den Glowstone geht das nämlich nicht. Also mit den Leuchteilen, sondern das geht nur mit den Glowstone, also Lichtsteilen. Also Lightstone. Mal gucken, ob das diesmal funktioniert. Lightstone. Auch nicht. Ey, ich will jetzt mal wissen, wie man das macht. Natürlich schon. Guck ich einfach mal. Junge. Vielleicht ist die Angelegenheit. Und dass das gleiche Schreie進охiße ist. Ey, ich weiß, wie man diese Notenblöcke macht. Also jetzt nicht so genau. Ich hab da auf jeden Fall irgendwo gesehen. Clostone. Redstone-Lampe. Wo bist du? Warte mal, ich guck mal. Ich mach mir die Items. Ähm. Also, Redstone-Lampe. Jetzt will ich mal suchen. Wo ist... Wo müsste die eigentlich sein, die Redstone-Lampe? Das ist nicht einfacher. Redstone-Lampe. 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 Ich weiß gar nicht mehr, wie man... Weißt du eigentlich noch, wie man... Gemälde macht. Ich weiß nicht, das ist ja gar nicht mehr aus dem Buch, ne? Nein, Stöcker. Warte. Stöcker und Papier meine ich. Ich suche aber gerade nach Whetstone, Lombard. Nein, oh toll, ist gut. Enderstein, Enderportal, Saubertisch. Ist ja ein Leuchtstein, den brauche ich jetzt aber nicht. Ey, ich gehe eben kurz auf den kreativen Modus, ey. Wir wissen, wo der Lichtstein ist. Ich will mal, ich will gucken, welche Position Lichtstein ist. Also Whetstone-Lampe. Dann kann ich das nicht leiten. Whetstone-Lampe, nach Zaubertisch. Aber man sich findet das Ding. Wollt ihr mich verarschen? Ey, ich finde das zum Verrecken nicht. Meinst du, ich finde das? Was soll's machen? Warte, ich bin aber am gucken. Ja, ich will kurz gucken, wie das noch mal ging. Ich hab doch immer aufgenommen. Ja, gib mir das mal. Soviel sie muss nur von deinem Kopf ausgehen. Ja, wo bist du überhaupt? Vor dir. Bin vor dir so heißt du mal L.O.L. Nein. Doch. Scheiße, mich erzählern. Hinterher. Ach ja, du hast ihr Butterourije. Ich will. Ich will. globe. Es gibt ja alles, was ich hab. Palu storm. Wenza. Poppial hat mich nicht trägt. Zu Umi. Ich will nurigi. Intro �p once opinion toss. Also du bist sonst für Lampen? Ja. Das freu ich schon mal nicht. Wie viele? Drei. Ich geb dir einfach fünf. Ja, weil zur Lampe ist so easy, ne? Das kann man schon von alleine wissen. Und Stopp und Ohm-Wetstone. Ich finde es zu verreckend nicht. Und wir haben ja noch Rothstein-Dümmer. Ähm... Weiß eigentlich, was ich an dieser Gein-App voll gut finde. Ey, was? Ey, was? Ich mach eben mal ne Uhr. Wie so, man? Ey, gar mach. Einfach mal machen, ey. Äh, mach... Mh... Bau noch nen Kompass, 4 und 2. Und dann noch zwei Uhr. Einfach so, als von. Zwei Uhr an? Ja. Ach, das ist so easy, ne? Äh, Uhr kann man doch von nicht aufhängen, ne? Ne, ne? Oh nein. Leider. Wie voll doof. Ja, wäre egal. Kannst so überall so ne Uhr hinhängen, ne? Klick, 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 klick. Klick. Kompass. The End. Warte mal. Soll ich auch ne Karte machen? Egal, mach einfach. Muss ich aber noch einen Kompass als Ersatz machen? Und Papier brauche ich noch. Mal erstmal Rohstoffe wegbringen? Also ein Kompass kommt weg. KÖKÖ arrive. Zucker, Frigain. Picacho schafft ich glaube ich gar nicht das Wort ja Baumaterial sagt das war es mit der Ruhe wir könnten uns eigentlich hier Notenbox machen ja warte mal kurz ja 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 okay ich bin wieder da Kai Moin. Moin. Ja, ja. Okay. Ja, ja, eine Karte. EGPK zum Beispiel schon muss. Ich habe mir gedacht, wir haben jetzt eine März mehr. Mit die Karte. Ich bin mit die Karte. Letzt es zu gehen. Das ist so ein Fückel. Eigentlich könnten wir uns auch Schienen machen, ne? Hm? Schienen könnten wir uns eigentlich machen, ne? Ja, machen wir später. Ah, ja. Jetzt weiß ich es wieder. Ja, lass mal jetzt hier... Schlafen gehen? Hm? Schlafen gehen? Ja, auch nicht starten. Es wird! Die sind aber ganz schnell gewachsen. Und lass mich nicht schlafen. Ey, weil es hat mir meistens so Angst, wenn du so pensst. Und deine süße Sohn, Zombie. Oder so Enderman, so in deinem Bett, ne? Also liegt es im Bett. Und diese Sohn Enderman, hast du, hat man ja voll Schiss, ne? Willst du das sehen? Kann man machen. Komma? Ne, ich bin falsch. Ne, lass mich. Nein, Komma, Komma. Ja, mehr Schwert und so. Wir nehmen uns in zwei Betten, okay? Warte mal. Ich will einen Kurs noch was machen. Das geht die Brüder ganz einfach groß. Das geht die Brüder ganz einfach groß. die Tür lassen wir auf. Das tun uns noch ein Glosso oder so. Also hier, wo. Ich habe die Leuchttigkeit. Die Brüder. Du, Mann. Das geht. Das geht. Die Brüder. Das geht. komm in diesem Fall verarschen gut überall wie man losst hier wie man wird es auch noch ich probiere genauso aus und passiert nichts komm ich komme gleich ins Bett ich muss nur gucken, ob die so Zombies sind. Mach nur an den Barrikaden irgendwie, so, um und so rum. Nein, nein, die kommt trotzdem. Komma? Sag mir, wenn du nur ein Zombie siehst, okay? Kulpa. Kulpa. Warum? Wacht da. Okay, lass. Schlafen. Jetzt muss hier irgendwie ein Zombie kommen. Oh nein, warte. Komm mal mit. Was für ein Wender passiert. Treffen wir uns dann an. Fug. Ey lol, der verbrennt nicht. Der ist im Schatten, der Pferd. Der ist unterm Baum. Fuh. Jetzt achten. Das ist ein Creeper. Das ist ein Creeper. Kein Creeper anlocken. Ach, da, Zombie. Warte, ich komm gleich. Fuck, Anu. Da hinten sind zwei Creeper. Und jetzt kommt man. Da hinten sind zwei Creeper, du Esel. Oh. Da hinten. Sind sogar drei Stück. Sicher. Schieß ihn mit vollem Bogen ab. Anu kennt nix. Anu kennt da nix durch. Okay, los, los, los. Nein. Mann. Ich hätte den Fass, Mann. Komm, schlafen. Schlaf. Nein. Wieso? Nochmals. Da sind so nicht. Bist du Leben verloren, oder Fleisch? Ja, ich verliegte ganzer Fleisch. Schlaf. Okay, komm, komm. Ach, der Zoll bekommt aber gar nicht. Weiter, Schluck im Kursen. Ober, Ober, Ober. Räh. Räh. Fug Fugfug Fugfug es immer weiter die ganze Ruhr was ist es aufgestanden Ja. Ey, nee, Enderman. Pick mir alles, Baby. In der Nähe unserer Sources. Ey, ich seh von hier aus. Ach, da, da. Komm her. Ich werde unser Haus verteidigen. Enderman, verpiss ich. Verpiss ich aus unserem Leben. Ja. Spinner. Ja, was? Komm mal, geh. Okay. Okay. Okay, das war's. Ey, Anu. Komm mal wieder in unserem Haus. Junge, auf unserem Haus sind ich weiß, geh einfach. Geh am Schlafen. Ja, ich bin rausgegangen. Tja, und das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.